Im neuen Jahr geht es rund. Dreh mit. Ein D wie Dora. Dann kaufe ich ein I. Nein, sag mal, rate mit. Versuch schon mal zu lösen. Jetzt schon? Also ich kann es gar nicht anders sagen, geil. Das war Nervenzerfetzen. Da wäre mein Hirn, glaube ich, kollabiert. Das Glücksrad kommt zurück. Demnächst neu bei RTL 2. Ich kaufe ein G. Wie Glücksrad. Das Glücksrad kommt zurück. Demnächst neu bei RTL 2.